Wir, die DRG, sind der Spezialist für Dicht- und Klebetechnik und seit über 25 Jahren am Markt etabliert. Wir sind kein klassischer Händler, sondern ein Converter. Das heißt, wir machen aus ca. 350 verschiedenen Produkten 28.000 verschiedene Artikel. Damit können wir unseren Kunden die optimale Lösungen anbieten. Uns ist es wichtig, dass wir die Wertschöpfung bei uns im Hause behalten. Dadurch stärken wir unsere Firmen und die Arbeitsplätze der Region. Uns ist es ganz wichtig, dass wir auch Innovationen am Markt bringen, wie z.B. unsere Konstruktionsunterbauplatte, die wir heuer erfolgreich am Markt etabliert haben. Wir fertigen punktgenau, rasch und zuverlässig. Erstmuster für Stanzteile und Wasserstrahlschnitte fertigen wir innerhalb von kurzer Zeit. Die besten Lösungen erzielen wir für unsere Kunden, wenn wir von Anbeginn der Neuentwicklung dabei sind. Die DRG dichtet richtig gut. Schneidet richtig gut. Klebt richtig gut.